So, wir sind jetzt gestartet mit dem zweiten Tag. Unser lieber Horst läuft da hinten. Man kann sich, glaube ich, gar nicht sehen. Auf jeden Fall, jetzt geht es erstmal in die Richtung. Um erstmal zu gucken, wie schön so ein Sonnenaufgang sein kann. Und dann geht es weiter. Wenn man jetzt ungefähr in diese Richtung da hinten fährt, und immer und immer weiter fährt, kommt man in Spanien raus. So, aber jetzt geht es erstmal auf zum Breakfast in the Morning. So. 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 amerikaner serie wir sind eben momentan ein bisschen bisschen erschrocken da die eben gerade zur eröffnung von diesem schiff da der uss constitution einfach mal zwei kanonenschüsse abgegeben haben ohne jegliche vorbereitung ohne irgendwas einfach so bam bam und fertig und jetzt stehen wir hier und gucken uns das bisschen von diesem und alles nur um das museum zu eröffnen also hier auch noch mal zum thema alte alte grabsteine in dem fall sind wir bei 1739 bei dem wenn sie market foto knapp foto so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020